Tabellenführer Borussia Dortmunder Torjäger Paco Alcacer langfristig an sich gebunden. Wie der BVB am Freitag bestätigte, machte er von einer Kaufoption im bisherigen Live-Vertrag mit dem FC Barcelona Gebrauch. Alcacer unterschrieb in Dortmund einen Vertrag bis 2023. Die Ablösesumme soll bei 21 Millionen Euro liegen. Alcacer schoss bislang in sechs Bundesligaspielen acht Tore.